Was ist der verrückteste Ort, wo du schon Kammermusik gemacht hast? Ich glaube in einem Schiff unter einem Bridge in New York. Das war in einer Barge. Das war wirklich unglaublich. Vor allem gab es Sturm und wir haben die Rachmaninoff-Sonate gespielt. Das werde ich nicht vergessen. Wir mussten eigentlich das Cello-Stachel richtig einkleben, weil wir immer das Gefühl hatten, dass das aus dem Ort, aus dem Loch gehen wird. Aufstrich gegen den Winkel oder Abstrich gegen das Winkel des Schiffes. Also wirklich eine sehr spezielle Situation. Aber so verrückt, glaube ich, habe noch nicht etwas gemacht.